Die wollen entweder das Wasser da unten reinkriegen, oder den Schlamm, oder wollen nur den Sprung haben. Das ist hier Gerhard Berlandi im Ars-Kona. Das hat man erst mal zu unterstörern, weil er auf der Vorderachse sehr leicht ist. Und wenn man da etwas heftiger einlenkt und das unterstörte Wissen kommt, dann kann man den Weg an. Das ist relativ schwierig, aber schneller kann es nicht so gut sein. 1980 verkündet worden. Das war schon besser als 1. Ja, richtig. Latsch jetzt weiter als 4. Sorry, das hat mich versprochen. Und man ist ja das vermutet, dass einfach Carsten wieder einen Spitznamen hat. Sepp und er ist nicht gefahren. Das war auch nicht. Das war noch bei der Safari-Rallye. Er könnte leider nicht trainieren. Er müsste irgendwie alleine machen. Aufgefahren sind. Da bin ich leider aufgefallen. Als er sein älteste Auto in Nissan von 40. Seht weiter, er kriegt er auch einen Start-up zu Hause. Das ist ein Signalauto von Big Press, Junior und Jörn Reis von der Safari-Rallye. Ich weiß nicht, welche Audi-Freunde jetzt hier haben wir gefühlt haben. Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe es nicht so gemeint. Sie lassen sich jetzt zu Hause. Und das war auch bei dieser Skuderia. Nachbau Skuderia Kassel. H ist R, es ist noch die Nivea-Busse. Bei der Manx-Busse, auf der Englischen, ist es Manx. Bei der Ausdruck-R, die haben sich versucht, ist aber auch schwer, mit so einer Flunder. Und noch ein Zahn, der hier richtig mit reinlangt. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020